Hey, hier ist Chief Miller. Ich hab hier was, das Sie vielleicht interessiert. Martin Brown, CIA. Roy Miller. Also, was gibt's? Naja, heute Morgen ist mir der Kreuz Bube über den Weg gelaufen. Los, das los! Hände hoch! Los an die Wand! Wir sind rein ins Haus. Und der Kerl war da. Was ist passiert? Die Jungs von den Special Forces haben ihn sich geschnappt. Das hier ist wichtiger als deine Leute, kapiert? Ich dachte, wir sind alle auf derselben Seite. Ist ein bisschen komplizierter. Clark Poundstown, Pentagon-Spezialaufklärung. Poundstowns Einheit, ist hinter irgendwas her? Wir müssen rausfinden, was das ist. Und wie kommen Sie an ihn ran? Das macht nicht ich, sondern Sie. Verhaften Sie so viele wie möglich. Hier ist eine Million Dollar. Verteilen Sie ein bisschen Geld. Die Sache muss schnell gehen. Was wissen Sie? Die Wahrheit. Wer will nicht, dass die Wahrheit rauskommt? Halten Sie sich raus, Miller. Hier wird alles beobachtet. Verdammt! Sie haben ihn geschnappt. Ich weiß, was Sie getan haben. Was soll ich machen? Stellen Sie diesen Schweinehund kalt. Verstanden. Die Passion lautet, keine Gefangenen. Wer noch, was soll dieses Spielchen? Wir werden nicht umkehren. Ich hab ihn. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Poundstown, fahr auf! Poundstown, fahr auf! Poundstown, fahr auf! Poundstown, fahr auf! Untertitelung des ZDF, 2020